Wisst ihr, was am 1. März ist? Ich verrate es euch nach dem Intro. Ganz genau, am 1. März ist mein Geburtstag. Aber darum soll es nicht gehen. Und zwar habe ich jetzt mitbekommen, ich weiß, ich bin mal wieder ein bisschen spät dran, aber immerhin habe ich es jetzt mitbekommen, dass da in ganz NRW die Nacht der Bibliotheken ist. Und vielleicht kennt ihr das Prinzip ja von der Nacht der Museen, wo viele Museen jeweils in einer Stadt nachts geöffnet haben. Und man kann da durchgehen und sich die ganzen Ausstellungen anschauen. Und ja, genau sowas gibt es jetzt in ganz NRW auch für Bibliotheken. Und das ist dieses Jahr halt am 1. März, ab 1945, soweit ich weiß. Und ich werde euch natürlich die Seite, wo das alles steht, nochmal hier unten verlinken. Da könnt ihr genau nachgucken, in welchen Städten. Aber beim Überfliegen habe ich gemerkt, da sind auf jeden Fall wirklich so ziemlich alle großen Städte in NRW vertreten und auch ganz, ganz viele kleinere Städte. Und ich finde, das ist eine super Aktion. Also ich freue mich da richtig drauf. Ihr wollt jetzt sicher auch noch wissen, was man denn da alles mitmachen kann. Der Schwerpunkt dieses Jahr liegt auf Online-Ausleihe und Gaming. Klingt erstmal vielleicht gar nicht so unbedingt bibliothekstypisch, weil man hat ja erstmal das Bild im Kopf mit diesen alten, vollen Buchregalen, wo die Bücher so langsam vor sich hin stauben. Aber natürlich sind Bibliotheken überhaupt nicht mehr diese Orte, die man so im Kopf hat, wenn man dran denkt. Sondern eigentlich ganz normale öffentliche Gebäude, wo man nicht nur Bücher, sondern auch Spiele, Filme und keine Ahnung, was alles bekommen kann. Und genau dafür ist dann diese Veranstaltung, dass vielleicht auch mal ein jüngeres Publikum angelockt wird, was sich sonst nicht so gerne in der Bibliothek verirrt. Es gibt an diesem Abend nämlich natürlich nicht in allen Bibliotheken das gleiche Programm, sondern überall ein bisschen anders. Aber es gibt unheimlich viele Sachen, zum Beispiel Breakdance-Kurse. Es gibt Gaming-Turniere. Ich habe mitbekommen, Cosplay-Veranstaltungen. Es gibt natürlich Lesungen, Comedy, Musik, alles Mögliche. Und ich finde, das klingt ziemlich spannend. Hätte ich an dem Abend nicht eh schon was vor, weil ich Geburtstag habe. Und es ist nun mal auch ein Freitag, muss man dazu sagen. Ich hätte richtig Spaß dran, glaube ich. Und ja, ich würde von euch gerne mal wissen, ob ihr auch Spaß dran hättet, ob euch solche Aktionen gefallen. Ich muss ja sagen, ein bisschen blöd fand ich dann schon, wenn man auf der Homepage mal guckt, wie das aufgemacht ist. Denn das wirkt dann doch wieder ein bisschen abstreckend. Da werden in der Pressemitteilung, in der offiziellen, extra coole Wörter benutzt, wie Bibliotheken sind chillige Orte. und sowas eben, um Jugendliche anzusprechen, denke ich. Naja, egal. So oder so, eine schöne Aktion. Vielleicht schaut ihr mal vorbei, ob auch eure Stadt dran teilnimmt und sagt mir Bescheid, ob euch da von dem Programm, was in eurer Stadt stattfinden wird, etwas besonders anspricht. Alles, was Bücher unterstützt, unterstütze ich natürlich auch gerne. Und ich muss sagen, ich finde es immer noch schade, dass dieses Jahr zum Beispiel zum Welttag des Buches nicht mehr so eine große Aktion stattfindet wie letztes Jahr, dass, ich weiß gar nicht wie viele Tausende, aber sehr viele Tausende Bücher verschenkt wurden. Und ich habe eigentlich so spontan jetzt die Idee gehabt, dass wir YouTuber und wir Buchfans auf YouTube zusammen mal eine Aktion zu dem Tag starten könnten. Und vielleicht sollten wir einfach mal Anfang März direkt anfangen, genauer zu planen. Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, dann könnt ihr mir die natürlich sehr gerne schreiben. Bis dahin habt ihr natürlich genug zu tun mit der Nacht der Bibliotheken oder auch mit den Lesungen, die ich letztes Mal schon angesprochen habe. Und vielleicht ja mit der Buchmesse, die im März stattfindet. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Haut rein!